Hochzehntag August 2023, 7.10 Uhr. Wir machen heute eine Vier-Burgentour über Stadt Schleining, Lockenhaus, über Schriebenstein, durch Recknitz bis Güssing und wenn es gut geht über Riegersburg, wieder nach Hause, dann schauen wir mal. Super ist es heute. Da zeigt euch das Wetter an. Herrliches Wetter. Ich hoffe, dass es heute ein bisschen reint. Einmal reint es nie. Das macht auch nichts, oder? Der Michi ist unter 30 Uhr schon wieder zu schnell unterwegs. Guten Morgen. Guten Morgen. Das ist ein 30er Michi. Vulkanbeißer. Steirische. Wenn man jetzt geht, wird es tiefe Burgenland, weil wir hier fahren über einen Geschwittenstein auf 800 Höldmetern. Der höchste Berg im Burgenland. Insgesamt haben wir fast 200 Höhenland, also fast wie wenn sie fuhrt. Ja, Michi. Die Ingrid macht die Führung vor mir doch noch. Weil sie fährt extrem leiflich. Jetzt sind wir schon 30 Kilometer unterwegs. Keine Einzige. Keine Einzige. Super. Mittlerweile haben wir schon mehr als ein Viertel an unserer heutigen Tour. Wir sind gerade von Keimenden Richtung Oberwart. Ich habe gerade einen kleinen Ansprech gehabt. Also noch ist eh nicht vorbei. Und da vorne haben wir eine schöne Aussicht. Auf Oberwart. Ich muss ja eigentlich reden da hinten. Ich bin aber nicht dran. Ich bin so gut. Ich bin aber nicht dran. Ich bin so gut. Das ist der Grimmen. Der Geschriebenstein. Der Grimmen ist der Geschriebenstein. Und da fahren wir drüber. Ja, ich fahre mich schon in der Vorred, in einem Geschrebenstein, der kommt bei mir näher. Aber jetzt muss ich auf immer rauf. Freihanty, das ist nicht so lustig, wenn man so schnell fährt. Die Dürfen haben wir da. Da sind wir kurz vor Staatsleining. Ein paar Hügelchen haben wir gehabt. Da vorne ist der Geschrebenstein. Durchsleining. Die erste große Rappelverwanderung wäre. Da sind 60 Kilometer. Da satu. Da. 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 Gehen wir schon ins Niederösterreich, das ist in der Ohr hinein, schaut mal. Wenn man eine große Abfahrt, dann geht's schon Richtung Lockenhaus, zu der zweiten Burg. Jetzt sind wir in der Burg Lockenhaus und haben einen kleinen Abstecher gemacht, bevor wir den Geschriebenstein machen. Dann haben wir 8 oder 8 Kilometer und ein paar Höhenmeter. Das ist der Zufall. Geht die Bühne bergauf? Die kann besser, wenn man es auch notwendig hat. Eine Ansteiger, da braucht es mich. Hier geht's. Ja, ich hoffe, ich denke. Ja, da ist es gut. Ja, da ist es gut. Ja, da ist es gut. Da ist es gut. Da ist es gut. Hier ist es gut. Da ist es gut. Hier ist es gut. Hier ist es gut. Jetzt haben wir ca. 9 Kilometer 1 Meter bergauf, ein Geschriebenstein und 450 Kilometer sind es noch. Also wenn wir anfangen, jetzt ein bisschen ställer und dann hat er noch 3, 4, 5 Prozent die Locken aussetzt. Jetzt sind wir auf 800 Meter, jetzt sind wir auf dem Geschriebenstein herum. Insgesamt haben wir 1.300 Höhenmeter schon und 99 Kilometer. Geschriebenstein, der höchste Berg-Urglanz, 800 Höhenmeter. Und dann holen wir ihn da super drauf. Das geht gut. Hochzeit haben wir schon. Jetzt sind wir so richtig warm geworden. Jetzt kommen wir wieder. Das geht gut. 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 Wir sind so richtig warm und hier in den Kontext euer Wald. Es geht gut. Es geht gut nach dem Eisenberg. einer der letzten Berge, die wir haben, dann sind wir nur mehr im Flachlaum. Wir haben ca. 120 Kilometer Falten drauf, 1400 Römer, ich glaube. Und es ist ein bisschen angenehm warm heute. Wir nähern uns auf der 150 Kilometer Marke und dann wird es interessant, weil es geht noch mehr, oder? Schrei gemütlich. Du musst was machen, außer ob ich truppen und lochen. Ja, ich weiß, ich hab die Flach jetzt. Ja genau. 150 Kilometer, 6 Stunden unterwegs. Jetzt sind wir kurz vor Güssig und es geht immer so dahin, immer so eben. Schaut euch, da ist nichts. Wenig Verkehr. In Ingrid ist vorne. Die Burg schaut schon vieren, wir haben schon hohen Weg, oder? Wir haben schon leicht hohen Weg, aber wie geht's mit dir? Super, direkt mittel. Wir müssen durch, aber die Ingrid, den gib ich auch Gas. Ich kann mich gar nicht zu dir wie hier. Fahrst du mir jetzt schnell ein bisschen? Ach, man bin schnell. Das ist ein falscher Hund. Ach so. Es ist eh angenehm fahren. Und jedes Mal, wenn ich film, kann man die Autos. Sonst ist er... Wie im Boss tun die Autos gerade im Burgenlamp. Ja, es ist ja immer das Gleiche. Das hätten wir nicht so machen sollen. Jetzt sind wir gerade Angst zu stehen geblieben. Ein Eis, ein Snickers und eine Cola. Aber das sagen wir nicht. Aber, wie müssen wir da bergauf losfahren? Jetzt brennen die Fies ein bisschen, gell? Ja, den kriegst du. Aber, es geht. Wir haben schon ein bisschen Heimweh. Ne, die Autos. Immer das Gleiche. Ort schaut auch sich zu. Keine Autos. Wir machen was willst. Oder du bergaufst. Jetzt kommt der Autos auf. Ja, das ist nicht die Autos. Ich weiß nicht. Wenn der Autos raus ist, den war ich vorhin. Dann haben wir die Fügel dabei. Da kommt mir. Wo ist die Autos? Ja. Jetzt kann ich die Autos aufstehen. Ja, jetzt kauf ich die Autos aufstehen. Ja, jetzt kommt es aufstehen. Jetzt kommen wir von Jenerzdorf. Richtung Hohenbrock und dann Regersburg. Die vierte Tour. Da fahren wir an. Die vierte Tour. Die vierte Tour. Full motiviert. Michi geht super. Eine Stütze. Der ist ja full motiviert, weil er kommt gar nicht mehr hinweg. Ja. Die 200. Die 200 Tonheit. Magische Zahl 200. Das ist lieber ein Marathon. Du hast vielleicht einen leichten Eingnicker. Aber wenn du weißt. Es geht. Dann geht's. Dann geht's. Dann haben wir gut laufen, oder? Ja. Stütze. Echt. Aber wir haben uns noch ein Dickes gegessen. Das muss ich schon dazu sagen. Jetzt auch in Jenerzdorf. Also jetzt habe ich heute. Wir haben noch 88 Kilometer rum. Aber. Die haben keine Wolken zu sehen. Nichts. Schau mal. Da ist nichts. Gibt's ja normal nicht. Keine einzige Wolke. Oder du auch nicht zu sehen. Weil wir oben sind. Kannst du die Wolken fahren? Gibt's ja nicht. Ja. Aber ein bisschen mehr wie zwei haben. Mehr fahren wir nicht. Wenn wir dann die Wolken sehen. Na dann. Na auf. Es hilft euch nichts. Die Regersburg. Die vierte. Die vierte Burg heute, die wir aufhauen. Die vierte. Herrlich. Zweiter. Optimal. Bald haben wir's geschafft. Die kommenden 95 Kilometer habe ich schon. Von Regersburg sind's auch noch 15. Das hat's sehen ich. Die vierte. Die vierte. Die vierte. theirt. Villersburg. Undその Jetzt sind wir in St. Hint. Der Mieter hat 200 zusammengebracht. Gratulation. Dankeschön. Das ist ein Doppleister. Ich hab's auch. Super. Ich hab's auch. Ich hab's auch.